Leute wissen, ich bin ein Glocker-Kite, aber jetzt haben die Schnauze dermassen voll. Es ist der absolute Musikskandal. Kennen die Melodie, gell? Eben, die ist von mir. Ja, die ist von mir. Jahrelang haben sie jetzt Kohle verdient damit. Niemand hat etwas dergleichen getan. Jetzt haben sie einmal richtig angehört und merken, das ist meine Melodie. Skandal. Millionen Klicks auf YouTube und weiss nicht, was sie alles verkauft haben. Einfach geistiges Eigentum sagt man dem. Klaut. Geht Klaut. Werden nicht, ich spiele euch meine Version vor. Da ist sie. Geht Klaut. 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 Geht Klaut.